Hallo, wir sind die Whitefield Brothers und unsere musikalische Mission ist es, gut zu spielen und dadurch die Leute glücklich zu machen. Die Tour war natürlich einmalig, wie jede Tour einmalig ist. Und wir sind ja rumgekommen, vor allem in Belgien und Holland und haben dort innerhalb von neun Konzerten eine, finde ich, sehr positive Entwicklung gemacht, was unser Spiel betrifft und Kommunikation. Wir sind ja in dieser Formation das erste Mal unterwegs. Also nicht anwesend ist der Moritz Köther, der spielt Saxophon und dann sein Partner hier ist der Johannes. Der spielt auch Saxophon, das ist sozusagen die sogenannte Horn-Section. Dann in der Rhythm-Section ist der Tommy am Bass und am Gesang. Der Thomas an den Keyboards und wir, die Whitefield Brothers, spielen Gitarre. Das ist der Jan und ich schlagt's euch und ich bin der Max. Das ist der Junge bei 나와. Das псих hüqust für jede Nacht und alle Franz плachen. Mäßträgent machst du? Ich bin der runde und bin der Grüße.